haben wir eine quest am brennenden felsen zufällig stadt der seelen das ist auch stadt der seelen wach fest im dunkelwehrgebirge das kommt glaube ich noch das ist auch nichts und das ist auch jenseits des dunkelwehrgebirges wenn der felsen bin ich mir nicht sicher ob das der optionale oder nicht aufgabe war was macht er denn da aufgabe war Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das war vielleicht nicht so kluft. Na komm, schalten wir jetzt erstmal umb aus. Oh, hi. Verschwindet. Was ist passiert? Okay, irgendwer steckt jetzt ziemlich stark zu. Wo ist meine Keune? Die sollen weggehen! Die sollen weggehen! Lor wird uns rächen! Ein feiger Angriff! Okay, wir haben umb erledigt. Was ist? Verstanden! Ach! Hump selber hat was getroppt. Okay. Oh, ne zerbieten Träne. Oh, ohne Hump. Das erklärt's. Er ist ein Rundkrieger gewesen. Oh ja, wir sind der Toh, wir sind nicht warten. Ihr habt's geschafft, das Ding zu töten. Ich bin stolz auf euch. Ja. Ja. Gut. Das war der Rabenpass. Ich hatte eigentlich noch in Erinnerung, dass es eine Cutscene mit Drohnen gibt, aber scheinbar nicht. Brennenden Felsen, die brennenden Fels hatten wir doch schon, oder nicht? Egal. Gut. Jetzt aber... Ähm... Machen wir erst einmal die schwarze Küste fertig. Mal mit den Leveln, die wir uns jetzt geholt haben und alles und den besseren Kriegern. Sollte es kein Problem sein, ihn und seine Flämmchen zu besiegen. Hoffentlich spottert ich gleich wieder neue. Wäre dann unangenehm. Wäre dann ganz schön. Wäre dann ein richtiges Ich. Wäre dann nicht nur eine kleine Menge. Du sollt sales an das und Desk Convention sehen. Haben jetzt auf jeden Fall eine sehr starke Aura der Heilung und ich könnte auch die Aura der Ausdauer anschmeißen. Auf mein Zeichen! Mir nach! So, dadurch haben alle mehr Leben und werden geheilt. So, das ist eine sehr starke Aura der Heilung. So, noch mal alle mit Leben. Hier, sofort! Und los! Für die Ruhne! Haltet durch, Männer! Zu Befehl! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Was entschirrt die Ruhne? Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Genau, mit jeder Flamme, die fällt, äh, verliert er Kraft. Verstärkt die Deckung! Auf mein Sein! Sieh zurück! Auf mein Kommandos! Was wünscht die Ruhne? Auf meinem Befehl! Schnell! Wie war das bei Iridon? Iridon war der dritte Seedrache, den Guggen besiegen musste. Der Zwerg bat euch, auf die Diener des Drachen Achtzorgen, vor allem auf diejenigen, die ihm Kraft geben. Auf mein Zeichen! Und los! Müssen wir halt warten, bis sie wieder genügend Mana hat. Bevor wir ihn angreifen. Auch meine Mana-Regeneration beim Auge behalten. Ja, wenn man sich das teilweise ansieht. Hatte ich hier nicht einen mit, äh, 2000 Lebenspunkten gerade eben, oder? Achso. Ja, das ist durch die Aura gewesen. Oh, da oben sind auch noch mal Untote aufgetaucht. Schnell! Die sollte aber mit der Truppe dann kein Problem mehr sein. Schnell! Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Zurück mit euch! Halte durch, Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Verteidigt euch! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schließ die Reihen! Auf mein Kommando! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Okay, Rückzug ist angebracht. Ja, das sind so viele, so viele, viele, viele. Achtung! Auf dem Weg! Wird sofort ausgeführt! Wird sofort ausgeführt! War das jetzt sehr nervig! Na gut, die Eisschilde sind auch recht nervig! Die Rune befiehlt? Ja, ich hätte da auch mehr Skills nutzen müssen, definitiv. Zum Beispiel, Stadthaftigkeit. Durchhalten. Und Zielschuss und alles. Zu Befehl! Zu euren Diensten! Muss auf jeden Fall den Frostboden loswerden. Ich glaube, die spawnen ihre Jungs nur einmal, die drei. Bereit! Folgt mir! Wäre sonst krass ungefähr. Hier! Schnell! Und los! Und los! Auf mein Zeichen! Sofort! Zum Angriff! Alles klar! Sie sind überall! Schlag! Schließt sie ein! Schließt sie ein! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Die Rune rufe Befehl! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Auf dem Weg! Alles klar! Haltet durch Männer! Haltet durch Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Haltet durch Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Haltet durch Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Haltet durch Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Sie sind überall! Ein Monument verliert seine Kraft! Verstärkt die Leckung! Schließt sie zurück! Schließt sie zurück! Okay, Laurin nimmt mir jetzt da oben. Nicht half! Bezeuge meine Rache! Nehmen wir da oben das Monument jetzt langsam weg! Folgt mir! Folgt mir! Was für ein Level hat Laurin? 38! Das sollte also zu machbar sein! Die Rune ruft! Ein Monument wird angegriffen! Hier! Stehe bereit! Das ist ein Abonnement! Bis zum Schluss!